Ist das nur eins oder sind das mehrere? Hey! Ich glaub das sind mehrere, oder? Oder das fielst extrem schnell? Ah! Da war er. Ich find das viel nicht witzig. Wow! Okay, ich glaub das sind wirklich mehrere. Also so... Ah ja, es waren mehrere. Ey! Oh Gott! Okay. Was ist jetzt los? Wurde ich jetzt irgendwie abgetrieben oder so? Halleluja! Oh Gott! Okay! Ich setze Kineser ein, um Kanisse zu bewegen. Oh, nö. Aha, aha, aha. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss da hin, theoretisch. Aber ich würde mich ganz gerne mal umgucken. Das hab ich jetzt gar nicht gesehen, das Vieh. Ich seh diese Dinger nicht! Oh ne Witz! Super, hab ich mal Medikit, was ich grad gekriegt hab, gleich verbraten. Toll. Okay, ich nehm mir jetzt mal so'n Ding... Ne, das Ding will ich gar nicht. Das Ding will ich. Das da. Gib es mir! Danke! Und ich muss da links rein. Gehen wir doch mal. Ey Leute, ich find diese komischen kleinen Dinger extrem schwierig zu sehen. Oh. Willkommen in der Solaranlage SIGMA-0055. Hallo. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Bachmann Howard-Felix wird in Kürze bei Ihnen sein. Das glaub ich nicht, dass der bei mir sein wird. Oh. Kann ich da durch? Ach, klar. Ah! Ich seh diese Viecher nicht! Ich kaufe mir jetzt ein Medipack. Lala. Wo ist das mittlere? Da ist das mittlere Medipack. Und ich kann's mir nicht kaufen. Verdammte Hacke. Kann ich mir irgendwas verkaufen? Das kann ich verkaufen. Hurra! Okay. Mittleres Medipack. Kaufen. Ja, ich bin mir sehr sicher. Danke. Und zack. Äh, ich würd's ganz gern nehmen. Danke! Und ich kann hier speichern. Hurra! Ich nehm' jetzt, glaube ich, schon über ne Stunde auf, aber ich hab' irgendwie keine Lust aufzuhören. So. Rick ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Was? Bitte treten Sie von der Tür zurück. Was mach' ich denn jetzt? Ihre Rick ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Ich hab' das Gefühl, jetzt kommt was Bestialisches. Weil das Ding scannt ja meinen Körper, ja. Und wenn hier jetzt zufällig irgendwo ein Körper rumliegen sollte. Ja. Ich glaub', das wird ziemlich bestialisch, ähm, nicht bestialisch, aber, ähm, sadistisch? Kann man das so sagen? Ich brauch' nämlich den Körper hier. Das hab' ich so ziemlich im Gefühl. Jetzt kennt er nämlich das komische Ding hier. Rick, Autorisierung erkannt. Hallo, Stepp-Jungs-Bachmann Howard Phillips. Hm, ja. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Hm, bestimmt. Der hat bestimmt geschlafen wie ein Baby. Meins. Autorisierten Besuch erkannt. Autoschutz aktiviert. Oh. Stationsfachmann Howard Phillips. Bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung Ihres Gastes ein. Ähm, ist ja irgendwie ein Dings vielleicht. Ein Audiolock oder so. Oder so geht's natürlich auch. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ein Medikit. Weiter weg und... Ah, Energieknoten. Ist da noch mehr? Nö. Gut. Das heißt, ich... Auf dich trete ich jetzt einfach mal kurz. Tut mir echt leid. Anti-Erso-System wird aktiviert. Ob ich jetzt nicht unbedingt was gegen. Bäh. Das gibt's nicht. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Oh, das war knapp. Oh, nicht nur wieder diese Babys. Was? Noch mehr? Ja. Okay. Muss ich hier lang? Nee. Hä? Was ist denn hier? Was mach ich denn hier, wenn ich hier gar nicht hin muss? Munition sammeln. Ist doch schön. Und ein Textlock habe ich gefunden. Textlock time. Okay. Bla bla bla. Runter, runter, runter. Bla bla bla. Alles klar? Alles klar. Haha. Ich würde sagen, den nehme ich mit. Weil ich's kann. Was ist das? Kann ich jetzt die Olle da hacken? Ich will's hoffen. Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangs-Lifts erkannt. Hallo. Da. Komischer Phillips da ja. Ja. Hä? Wow. Wo kommst du her? Ey. Was bist du? Du warst ja mördermäßig groß. Das war's. Okay. Ich muss da irgendwo einen Aufzug, oder? Genau. Schwein gehabt. Wo kommt das Vieh jetzt wieder her? Egal. Ich bin über die Werkbank. Sollte ich vielleicht auch nicht machen. Sollte ich vielleicht auch nicht machen. Weg, weg, weg. Ah. Äh. Darf ich jetzt die Werkbank benutzen? Ich höre nix. Alles klar. Dann benutze ich doch schnell mal die Werkbank. Wie viel habe ich denn? Einen Knoten habe ich. Plasma Cutter. Nein. Stasenmodul. Nein. Strahlenkanone. Aber die Strahlenkanone brauche ich eigentlich gar nicht auf Schaden mache. Dann mache ich lieber den mal schnell hier rein und mache nix. Und für das nächste Mal mache ich sie dann beiden. Weil im Echtsein, ich finde diese komischen Türen auch relativ unnötig, weil da meistens nichts wichtiges drinnen liegt. Zumindest für mich. Also, was soll's. Ladida. Hä? Ah. Aha. Fuck. Ich weiß, dass Sie da oben sind. Selbst wenn Sie lange genug leben, um die Energie wieder herzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie auf, Clark. Ich hab den grad irgendwie doppelt gehört. Ist ja merkwürdig. Ähm. Ich möchte keinen Schutz verschwenden. Was'n das? Cool ne Hand. Und. Piu. Verdammt. Zu hoch. Okay. Hä? Da. Oh Gott. Ey, das Ding kam jetzt aber so langsam, dass ich's gar nicht mehr gesehen hab. Egal, Energieknoten. Weg. So, ich geh jetzt nochmal eben zurück zur Werkbank. Da wir eben einen, äh, Knoten gefunden haben. Be- bekommen haben. So. Äh. Plasma Cadet. Und wir gehen auf Nachladen. Mal sehen, ob man das schon spürt, ob's schneller geht. Mal sehen, ob man das schon spürt, ob's schneller geht. Ach. Ich kann nicht nachladen. Ich hab voll und ich will jetzt auch keinen Schuss versch-